Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen kurzen Zwischenfolge von Universe Sandbox 2. Es gab ja jetzt tatsächlich das Update auf die Alpha 20. Es hat hauptsächlich natürlich die Weichen gestellt für mehr Features etc. pp. im Hintergrund, sodass sie auf ein neues System umgestellt haben, haben sie gesagt, also Implementierungssystem von ihrem eigenen Code zur besseren Reviewung. Aber natürlich kamen sie auch ein bisschen in der Alpha 20, jetzt in dem 100 MB glaube ich war der Patch groß, ein paar Sachen verbessert, hauptsächlich zwar in der VR-Version hinzugefügt oder sowas, die werde ich jetzt hier nicht testen logischerweise, aber auch ein paar neue Sachen hinzugefügt in der normalen Version. Also ungefähr so ähnlich wie in dem letzten kurzen Update-Video, was ich gemacht habe. Und zwar natürlich haben sie ein bisschen das User-Interface überarbeitet, man kann es jetzt skalieren und so weiter auf seine Bedürfnisse. Das soll uns aber gar nicht großartig interessieren, denn wir machen mal ein kurzes Video dazu, welche neue Simulation es gibt, und zwar können wir aufs Solarsystem gehen und haben dann hier eine Auflistung der potenziell gefährlichen Objekte, die für unsere Erde gefährlich werden können. Darum geht es. Das heißt, wir haben also mögliche Asteroiden oder kurz würde ich sagen Objekte, die potenziell für die Erde gefährlich werden können. Das heißt, sie fliegen nah an der Erde vorbei und sind auch außerdem groß genug, dass sie durch unsere Atmosphäre durchfliegen können, nicht verglühen und auch bei einem Einschlag signifikanten Schaden anrichten könnten. Aktuell gibt es dazu eine Liste, glaube ich, aus dem März oder sowas mit 1786 Objekten, aber nur ca. 157 davon haben einen Durchmesser von mehr als einem Kilometer, was natürlich schon ordentlich ist. Und das größte Objekt hat, glaube ich, einen Durchmesser von sieben Kilometern. Aber natürlich muss man da auf längere Zeit hin mit keinem Einschlag oder irgendwas dergleichen rechnen. Wir haben auf jeden Fall hier so ein paar Kandidaten, die wir alle sehen, deswegen sieht es auch ein bisschen sehr, sehr, sehr messy aus. Sehr, sehr, ein heilloses Durcheinander. Und ja, das sind so quasi, da sieht man mal, wie viel eigentlich hier rumfliegt in unserem Sonnensystem, auch wenn das alles so leer aussieht, was es ja im Prinzip ist. Es ist auch leer im Prinzip, aber natürlich haben wir trotzdem eine Vielzahl an Objekten, die wir sonst so gar nicht sehen können mit bloßem Auge. Wenn man jetzt mal hier sieht, nein, darauf wollte ich gerade nicht klicken, ich wollte den hier, äh, den da wollte ich anklicken. Wenn man jetzt einfach mal hier darauf ranfliegt, wir haben eine sehr, sehr, sehr kleine Masse und, warte, einen, was haben wir denn hier, darf ich mir da bitte näher ran? Und auch einen nicht allzu großen, ähm, einen Radius von 13,4 Kilometer, also im Prinzip 13,4 Kilometer, das sieht mal ein bisschen groß aus gerade, was auch immer, also haben wir jetzt auf jeden Fall hier einen relativ großen Körper, der ein bisschen groß erscheint, keine Ahnung, was das jetzt hier für, ähm, Körper ist, aber das soll uns auch gar nicht stören. Also wir haben auf jeden Fall sehr, sehr, sehr kleine Körper, auch trotz, trotz dessen, die hier so durch die Gegend fliegen, die haben, glaube ich, alle, ja, standardmäßig 13,4 eingestellt, sind natürlich nicht so groß, aber das dient ja auch im Prinzip nur der Veranschaulichung, ja, 306 Kilometer groß, alles klärchen, 2007 UK 1926, sieht so ein bisschen aus wie ein Mond, wenn man sich das hier mal oben so anguckt, dann, ähm, könnte man das schon so sagen, ja, aber der liegt auch ein bisschen sehr, sehr weit außerhalb unseres Sonnensystems, also innerhalb unseres Sonnensystems, aber außerhalb der inneren Planeten, sehr, sehr, sehr weit außerhalb, eher auf der Neptunbahn oder sowas, und ich würde sagen, da gehen wir nochmal hier rein, Asks, ja, ab 13,4 Kilometer, ich glaube, das ist die kleinste Größe, die die hier eingestellt haben, ja, die haben nämlich alle 13,4 Kilometer, das ist natürlich nicht die entsprechende, richtige Darstellung, aber ich glaube, in der Simulation machen das auch jetzt keinen großen Unterschied, ob die Körper ein Kilometer groß sind oder zwei Kilometer, wie auch immer, Geographos, alles klar, Ceres, ja gut, den kennen wir ja, ein kleiner Zwergplanet hier im Astroidengürtel, den ein bisschen bekannter ist der ja auch, und auf jeden Fall sieht man hier, wir haben uns noch ein paar Objekte, kommen drin vor, wo haben wir jetzt unsere Erde, da genau, da kommen wir, gehen wir nochmal hier näher dran an unsere Erde, und machen mal ein bisschen die Simulation an, damit wir mal ein bisschen was rumfliegen sehen, und auch wir vielleicht etwas vorbeihuschen sehen, das wäre doch mal eine Sache, ich würde sagen, wir machen mal hier die Views, die Trails sind vielleicht doch gar nicht schlecht, das wäre vielleicht besser, wenn ich die Trails anlassen würde, so, dann gehen wir mal einfach mal los, oh, das ist ein bisschen fast, so sieht man ja gar nichts, auf jeden Fall haben wir dann hier die Bahn, die auch relativ nah alle an der Erde vorbeigehen, wie wir das sehen, also wir haben immer mal wieder so eine Bahn, die nah an der Erde vorbeigeht, deswegen ja auch potenziell gefährlich, für unsere Erde sind diese Objekte, aber auch nur potenziell, das heißt, die müssen uns erstmal, die Erde muss an der richtigen Stelle sein, die müssen an der richtigen Stelle sein, um uns überhaupt zu treffen, und im Prinzip schneidet ja hier jetzt auch gerade nichts, die Bahn der Erde, also wir reden auch von, meistens von einem Zeitpunkt, vielleicht weit über den nächsten 100 Jahren hinaus, ja, also, auf den nahen Zeitpunkt hin, das würde man natürlich schon merken, weil ich meine, die gefährlichen Objekte werden natürlich auch beobachtet, zumindest einem gewissen Zeitraum, ja, ich würde sagen, das war das kurze Video, einmal kurz zu Alpha 20, ein bisschen verbesserte Sachen haben wir auf jeden Fall hier drin, das meiste im Hintergrund, deswegen kann man nicht so viel zeigen, aber auch diese Simulation hier, vorbereitet für uns direkt zu, um direkt alles zu sehen, und hier nichts selber eingeben zu müssen, oder sowas, und deswegen würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, und ich bin raus, euer DVK. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.